Wo bist du, Gott? Warum hilfst du mir nicht im Krieg? Paulus warst auch im Kerker. Ja, Moment mal. Aber das muss man natürlich anders sehen. Man muss das begreifen. Gott hat den Menschen den freien Willen gegeben. Und das sind Menschen, die da etwas anrichten, nicht Gott. Und Gott lässt das alles ausreifen. Jeder hat das, was er tut, später einmal selbst zu verantworten. Und ich kann darum bitten, Kraft zu bekommen. Aber Gott lässt das nicht zu oder straft die nicht. Sondern ich bin von Menschen umgeben. Und die machen etwas mit mir. Und ich muss das aushalten. Ich kann Kraft daraus schöpfen, dass Gott alles sieht. Und er wird mich nicht allein lassen. Er wird mir Kraft geben. Darum habe ich gebeten. Und das hat mir auch Kraft gegeben.